Musik Ich würde sagen, der Hauptauslöser für die Unzufriedenheit ist das neue Schichtsystem, das eingeführt wurde Anfang des Jahres. Und jetzt ist die Anlagenbereitschaft auf 24 Stunden hochgesetzt worden, für alle Anlagen. Das Personal muss das decken und man hat das Gefühl nach einer gewissen Weile, dass man permanent nur noch da ist, um auf Bereitschaft zu sein. Das Telefon ist immer da, man kann sein Wochenende nicht mehr planen, man kriegt Schwierigkeiten mit der Familie. Und da ist die Belastung, denke ich mal, an dem Punkt so weit gestiegen, dass die anderen Kleinigkeiten zusammen mit diesem Punkt jetzt dazu geführt haben, dass die Belegschaft nach mehr Mitsprache auch schreit. Keine Ahnung, also es kann halt einfach nicht so weitergehen, wie es bis jetzt gewesen ist. Und das ist ja jetzt nochmal wirklich die Chance, einen Betriebsrat zu gründen und dafür zu sorgen, dass wir alle, wir Kollegen, mitreden können. An der Stelle kann ich nur sagen, ohne IGM wäre es nicht so weit gekommen, sondern wir wären direkt am Anfang einen Bach runtergegangen und es wäre einfach so weiterlaufen wie vorher. Ja, also man braucht einen starken Gegenpol gegen die Bedürfnisse des Arbeitgebers für die Arbeitnehmer, um Gleichgewicht zu halten und auch Bedürfnisse der einen Seite oder anderen Seite abklären zu können und am Endeffekt einen Mittelweg zu finden, mit dem beide funktionieren können. Die Firma muss weiterlaufen, aber die Angestellten möchten auch nicht ausgebeutet werden. Und die Gewerkschaft im Allgemeinen ist ein wichtiger Gegenpol, genauso wie der Betriebsrat. Schon immer in der Geschichte auch der Industrie. Also wenn alle hingehen und auch deutschlandweit eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent zustande kommt, dann kann niemand die Leute entlassen oder einen einzelnen Namen rauspicken und sagen, du bist verantwortlich. Ist so. Ich wäre auch fast wechselt, aber wie ihr seht, bin ich hier. Und ich bin nicht nur für mich hier, sondern auch für euch. Dann haben wir das für heute. Und du weißt ganz genau, dass es eine Liste gibt, die für den Arbeitnehmer ist und du wirst wahrscheinlich eine zweite Liste, die für den Arbeitgeber ist, die du aber bei klarem Verstand nicht haben willst, weil du nicht weißt, was dabei rauskommt. Ob es noch schlimmer wird vielleicht sogar. Ich persönlich bin der Meinung, eine Wahl, eine Liste und ich denke, ihr alle seid genau der gleichen Meinung. Das ist halt so. Das ist halt so.